Mann! Ja, das war zu langsam. Also wo sind die Panzerbrechenden Pfeile? Muss ich das erst... Eisenhaut-Fähigkeit? Ja, natürlich. Feuerwiderstand. Klasse. Okay, ein bisschen. Oder kann das sein, dass meine normalen Pfeile Panzer? Na gut, ich wechsle mal auf ne andere Waffe. Na? Oh. Okay. Gott, da kam der Nächste. Hey. Nein. Nicht herunter. Okay. Okay, gut. Wo ist er denn? Oh, da oben. Wir platzen die mal so weg. Oh. Ja, komm. Du bist dran. Nein, nein, nein. Nicht mit mir. So. Und weg. Oh, hier ist noch ein Fass. Und tschüss. Wo geht's als nächstes los? Ah, hier. Mann, wie viele sind denn das? Mist. Ja, ich weiß schon. Mist. Keine Muni mehr. Oh, das waren die Reflexe. Kann das sein, dass das die Reflexe waren? Cool. Nee, da komm ich nicht durch so. Weiter. Weg. Ähm, andere Waffe. Oh ja, Shotgun. Nee, das war wohl nix. Immer noch. Was ist denn mit der Shotgun? Ja, ich komme. Und wo geht das nächste Tor auf? Nicht? Okay, weiteres Katapult klingt gut. Wir müssen hier aber erst mal ein bisschen was einsammeln. Wir haben einiges verloren. Mit Pfeil und Bogen war ich nicht ganz so fit. Deswegen müssen wir hier fleißig einsammeln. Ein bisschen Heilung haben wir auch verbraucht. Hier könnt ihr noch was legen. Was ist denn hier? Hier ist gar nichts. Und hoch kann man hier auch nicht. Da waren die einfach haben die sich da drinnen versteckt. Hier ein bisschen Heilung, ja. Ist da ein kopfloser Reiter? Nee. Was ist eigentlich mit den Dingern hier? Ist damit irgendwas? Zeig mal her. Nee. Damit scheint nichts zu sein. Okay, wir gucken mal hier rein. Was haben wir hier? Ah. Oh, da müssen wir bestimmt ganz schnell durch. Schätze ich mal. Oh, doch nicht. Du hast nicht viel Zeit, Lara. Du musst die Quelle vor Ihnen erreichen. Ihr könnt nichts mehr tun. Bringt euch in Sicherheit. Keine Chance. Du brauchst uns ebenso sehr wie wir dich. Wir überleben gemeinsam oder sterben allein. Gut. Geh jetzt. Ich muss mich erst noch ein bisschen umschauen hier. Hier müssen doch auch welche. Hier standen doch auch welche. Hm. Die Jungs. Und da drüben. Gucken wir erst mal, ob wir da drüben auf die andere Rüstung kommen. Ja, das könnten wir. Okay. Und dann machen wir das mal. Ja. Ich hatte auch den Haken ausgeworfen, aber so, wir gucken uns erst mal kurz hier nochmal um. Da ist was. Ja. Die Halskette einer Frau aus baltischem Bernstein. Unglaubliche Handwerkskunst. Sie muss eine Adeligen gehört haben. Mhm. Bernstein-Halskette. Kriegsbeute. Und hier das Schild. Nichts. Hier ist sonst nix weiter. Da drüben ist auf jeden Fall wieder da das Leuchtfeuer. Das können wir dann gleich mal... Oh, geht's hier unten hin? Ein Tor, natürlich. Das können wir vielleicht von der anderen Seite nur öffnen. So wie... wie mit der Kurbel da drüben. Ja, hm. Na gut, dann gehen wir einfach erst mal runter. Erst mal hinab. Sind wir wieder hier unten, ja. Da drüben ist... Au, nee, das... Hat er da ein Katapult markiert oder was hat er da markiert? Hä, da oben hat er was markiert? Das ist da aber kein Katapult. Ja, da oben eine Fahne. Nee. Ähm... Da hochkommen. Wie kommen wir denn da hoch? Oh, da können wir durch. Sehr gut. Ähm... Aber mit was? Mit Feuer vielleicht? Nee, auch nicht. Ach, das muss ich vielleicht kaputt schießen. Oder kann ich es auch kaputt? Nee. Vielleicht muss ich das auch kaputt schießen. Oh Mann, hier ist alles so... So abgründig. Hm. Ich weiß noch nicht, was ist denn da drüben? Kann man auch nicht hoch? Tja, hm. Hier. Okay. Schritt Nummer 1. Sind wir wieder hier oben. Und was ist hier? Das verstehe ich. Ah. Ach, wahrscheinlich nur, weil es hier weiter geht. Okay. Gut. Ja, halte ich gut fest. Ein Katapult. Da oben ist eins. Jawohl. Was ist denn das da? Ach, das müssen wir irgendwie... Mal gucken, ob wir das in die Richtung ziehen müssen. Ich bin mir jetzt so unschlüssig, was das bringt. Ah, doch. Ah, Mist. Nein, ich war zu hektisch wieder. Ich war wieder zu hektisch. Da muss man natürlich die breit... breit irgendwas Federn nehmen. Genau die. So. Nein. Hier rüber. Komm jetzt. Nein, war nichts. Ah, war wieder nichts. Was ist denn nur los? Konzentrier dich mal ein bisschen. Sind die Dinger jetzt noch dran? Nee. Ich muss mich da wieder rüberschwingen wahrscheinlich. Schätze ich. So nämlich. Hier. Nee. Hm. Na, dann einfach so. So sieht's aus. Zerstören sie das Tor mit Hilfe des Katapults. Keine Gegner hier. Was ist denn da los? Ähm. Wo ist denn da? Ist die Kurve? Aber wo ist denn jetzt das Leuchtfeuer, das andere? Da hinten ist eins. Okay, wir kurbern erstmal auf das Leuchtfeuer. Immer ein Schritt nach dem anderen. Genau, da ist eins. Das schnappen wir uns erstmal. Ja. Ach so, du möchtest... Hm. Hab ich gesehen. Aber ist das das Hindernis? Oder... Nee, das da ist es. Aber ich kann hier nichts machen auf dem... komischen Balken. Hier komme ich nicht ran. Muss... Ja, kann man da oben drauf. Naja, das nützt mir erstmal nix. Da. Aber wahrscheinlich kann ich das nicht ziehen. Ich bin nicht stark genug. Nee, das reicht nicht. Hm. Komme ich da drüber? Ach so, nee. Das bringt ja... Oder? Mal gucken, ob das geht. Nee. Ich muss da drüben drauf. Schätze ich. Ich schätze, ich muss da drüben drauf. Aber sie hält sich nicht fest. Natürlich nicht. Und dann gibt's da oben vielleicht ne Kurbel. Und dann kann ich vielleicht... mithilfe der Kurbel. Hm. Das klingt ganz gut. Aber wo war denn die Stelle? Hallo? Da ist die Stelle. Da ist das Ding wieder da unten. Sag bloß, ich muss jetzt hier wieder runter. Ach komm, wir machen mal die Harte. Den harten Weg. Ähm, aber... Nee, das reicht mir nicht. Ich komm da nicht her. Halt! Oh! Ah! Lebst du noch? Okay, gut. Ich hab schon wieder... Hier liegt doch etwas. Nimm das erstmal mit. Ja, Dokument- und Wandgemäldepositionen. Wie komm ich denn da hoch? Hm. Das ist wirklich interessant. Hängen meine... Die hängen nicht mehr. Die hängen natürlich nicht mehr. Ist klar. Na gut, dann probieren wir das nochmal so. Ich... Ich wüsste nicht, wie ich da rüberkommen sollte. Nein. Jo, Gott. Weil da drüben kann ich mich nirgendwo festhalten. Mit X vielleicht da drüben. Okay. Okay. Vielleicht... Mit den... Haken. Ähm. Hä? Ganz oben hat die sich festgehakt. Okay. Na, das sieht gut aus. Ähm. Da drüben ist es. Und nu? Ne, das bringt mich auch nicht weiter. Es sei denn... Wenn ich jetzt versuche, den... Das Katapult abzuschießen. Vielleicht. Na. Ah. Ja. Ne, erstmal sollst du auf die... Wo ist denn das gewesen? Hat sich das wieder verstellt gehabt? Ah, da. Mhm. Erstmal platzen wir das Leuchtfeuer weg. Und tschüss. Ah, war zu weit. Ah, da drüben ist das Tor. Ja, wir müssen es nochmal probieren. Kein Problem. Nochmal. Komm. Jetzt aber. Uh, das war ein richtig... Das wird ein richtig guter Treffer. Und... Burn, baby, burn. Abgeschlossen. Und jetzt drehen wir uns dahin. Ich hoffe mal, das ist das Tor. Aber ich schätze schon. Und... Hm. Das war nicht so das Wahre. Ja, das sieht ein bisschen besser aus. Aber... Reicht das schon? Ne, das reicht noch nicht. Oder doch. Mist, unser Katapult ist defekt. Ein Klick. Wir haben zuerst das Leuchtfeuer weggeplatzt. Gehen Sie zum anderen Katapult. Ja, klasse. Danke auch. Na klar, ich gehe mal zum anderen Katapult. Hallo? Ich gehe einfach mal zum anderen Katapult. Und klaue ich denen das. Nein, das war nichts. Ja, ich... Ja, es ist gut. Ich hätte erst... Ne, ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich hätte das Ding erst rüberziehen müssen. Aber jetzt... So, jetzt ziehen wir das hier erst mal rüber. Und dann können wir darauf rumbalancieren, schätze ich. Oh ja, guck. Nein. Mann, was machst du denn? Genau so ist. Genau richtig. Und jetzt... Komm, spring. Und halt dich gut fest. Jawohl. Ähm, wahrscheinlich nach links. Oh, da ist wieder... Was ist denn da? Oh, da muss ich ranspringen. Nein, halt dich fest. Oh, was ist denn mit der? Die ist einfach zu lebhaft. Die ist zu lebhaft. Jetzt schon wieder hier oben. Na, danke auch. Wirklich, danke schön. Also da drüben nicht nochmal springen, bitte. Na, ganz... Mach es ganz düss mal. Oh nein, ich halte es nicht aus. Ich kriege das doppelte Gespräche nicht weg. Ich kriege es einfach nicht weg. Komm jetzt. Jeder Versuch... Ist der Erste. Nein, hier. Ja. Na los. Hier, Freunde. Oh, haben wir den abge... Ja, das war gut. Okay, weg ist er. Und jetzt einmal springen und nicht nochmal drücken, weil die... Die rastet sich ein, sozusagen. So, und da drüben auch bei dem komischen Topf... Nur einmal. Und dann gleich festhalten. Nein. Oh, das... Hat sie sich wieder ein Stück nach links gedreht und... Äh. Hm. Oh, was? Wir sind diesmal hier? Was ist denn da los? Oh, die da oben schießen auch nicht mehr. Das ist gut. Haben wir ein bisschen mehr... Ach so, weil wir die da oben weggeplatzt haben, wahrscheinlich. Wahrscheinlich deshalb. Hätten wir die nicht weggeschossen, werden wir da oben anfangen. Okay. Wir warten jetzt da drüben erstmal, bis es sich ein bisschen... ausgeruht hat, sich die Schuhe zugebunden hat und alles. Okay, ihre Stiefel. Hoch mit dir. So, und jetzt springen wir da ran. Halten uns gut fest. Wissen aber nicht, was wir hier machen sollen. Okay, gut. Wissen wir doch. Ja. Ja, wissen wir. Wir wissen alles. Ja, Freunde. Das mit den Panzer brechen, den habe ich irgendwie nicht. Ich glaube, wir müssen da für erst ans Feuer, schätze ich. Was ist denn eigentlich mit dem hier? Brechen Sie das Eis vom Getriebe und feuern Sie das Katapult ab. Okay, da komme ich da hoch. Aber, hm. Das Eis. Lass uns doch mal schauen, was hier oben Phase ist. Ja. Das ist wohl wahr. Aber wie brechen wir es denn ab? Kann man hier draufschlagen? Nee. Und hier geht auch nichts. Hm. Tja. Ich weiß auch nicht. Wir gucken erst mal, was da drüben ist. Oh, das geht doch nicht nach unten. Hier ist... Oh, da ist was. Das ist cool. Ja. Ja, jetzt müssen wir nur... Gucken wir erst mal, ob hier noch was ist. Was ist denn dieses... Ah, ach so, da drüben. Ach gut, da kann man wieder runter. Okay, alles klar. Ah, ja, das ist cool. Und jetzt schmettern wir das kaputt. Naja, jetzt... Hm, ist nicht wasserdicht. Was möchtest du mir damit sagen? Was möchte sie uns damit sagen? Ich denke mal, den da müssen wir da drüben ranschleudern. Was ist... Wozu ist denn das da? Jetzt ist er wasserdicht, oder was? Oder ist er... Hm? Mal gucken, ich weiß jetzt... Ah! Doch, jetzt. Wir sind die da drüben voll Wasser, unter dem Wasserfall. Ja! Na toll, jetzt ist das aber schwerer. Hm. Vielleicht müssen wir den anderen auch da drüben drunter. Ich bin mir nicht so sicher, was wir hier veranstalten. Ich bin mir nicht wirklich nicht sicher. Wird der andere auch voll... Nee? Hm, was soll denn das? Ich mein das... Nee. Ich weiß nicht, was das soll. Ich kann da zwar ranspringen und alles, aber... Wie soll ich das denn zerstören? Nein! Wo bist du denn hingesprungen? Hm. Wenn ich das jetzt... Tja, aber... Ich muss es zu einem richtigen Zeitpunkt... Kann das sein? Okay. Hm. Das ist aber echt schon... Schon ein wenig... Interessant. Aber trotzdem... Wie soll ich das denn zerschmettern? Jetzt ist es zwar ausbalanciert, aber... Okay. Aber wie? Ja, es ist jetzt ausbalanciert. Das ist ja toll. Aber... Ich komm' ja nicht hier rüber. Ich komm'... Hm. Ich bin der Sache noch nicht so ganz... Na, ich komm' nicht bis hier ran an das Ding. Ich wüsste nicht, wie ich das... Mit Feuer ist da auch nix. Komisch. Komisch, komisch. Naja, ich kann da rein, aber... Nee. Hm, hm, hm. Tja. Gute Frage, wie es jetzt weitergeht. Die Belagerung Kitesch's muss Monate gedauert haben. Die Belagerung Kitesch's muss Monate gedauert haben. Sehr gute Frage. Da drüben kann ich zwar auch drauf... Aber... Ja, ich könnte da das Wasser ablassen, aber... ist mir schleierhaft. Ist mir schleierhaft. Nee, das bringt nix. Da. Hm. Feuer ist nix. Und mit Explosive... ist auch nichts. Oh ja. Nee. Nee. Damit krieg ich das Feuer nicht weg. Also ich mein' den... den Trog dagegen schmettern, aber... Aber... Puh. Tja, aber nur... Tja. Stopp. Ich wüsste nicht, wie ich das erreichen könnte. Ja, aber was bringt mir das? Was ist denn da drüben? Der Hebel an dem Kübel könnte den Abflussmechanismus schließen. Ja, ich hab den ja schon geschlossen. Erzähl mir mal noch mehr, was anderes. Guck, ich hab ne geschlossen. Hm. Nee, da komm ich jetzt irgendwie nicht weiter. Was ist denn hier eigentlich? Ach, da kann ich auch hoch. Da bin ich noch nicht so auf der richtigen Fährte. Die mongolen Armeen müssen vom Eis begraben worden sein, bevor sie die Hauptstadt angreifen konnten. So richtig... bin ich da noch nicht. Jetzt sagt sie mir gleich wieder, es ist vom Eis blockiert. Na? Was ist denn nur mit dem... Hm. Tja. I don't know. I don't know. Was liegt denn da noch schönes? Ein Rucksack? Hallo. Na, guten Tag. Geheimnisse entdeckt. Zeig mal her, was hast du schönes entdeckt. Okay, hier oben nix, alles da unten. Oh, da drüben hast du noch was entdeckt. Hm. Ich weiß wirklich nicht... Das da ist... Ja, das ist... Hm. Hm. Ich weiß wirklich nicht, wie ich da rankommen soll. Und da... Ja. 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 Und, wie du...